soalialoalöle zu einer neuen folge von michis world of bricks teil 3 gekommen simphabies 138 138 machen jetzt bei 139 weiter und schauen ob es jetzt weiter geht ohne fehler die ich mache wäre ganz schön weil dieses ewige suchen und zurückbauen ist scheiße naja egal wir machen wir weiter das sind die beiden teilchen die wir bisher hatten und dann geht es erst mal weiter so gucken womit immer noch mit dem heck ich nehme an dass das heck ist so haben wir das heck kommt er so so kommt das und so ganze kommt dann da so so dann jetzt andere seite andere seite so andere seite den 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 noch einer von diesen kleinen grauen stöpsel liegt da wahrscheinlich auch noch irgendwo hier unten schwarze ich denke mal das ist ja hauptsache das ding ist da drauf und wäre natürlich von der falschen seite egal wie war das noch vorhin mit ohne baufehler ja gut die sind jetzt fall sucht leute fall sucht zugehört oder nicht guck mal wenn man vom teufel spricht ist denn jetzt herr gott normal was ein kudel mudel was ein kudel mudel leute von heute so da stoßt ein paar hier ne das ist auch ein heck meck hier so diese beiden so 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 die langen die langen machen so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Alles gut. Alles gut. Nee, 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 nee. So. 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 here. So. 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 Ein paar Teile haben wir noch. B. Also ich würde sagen die Teile habe ich erstmal eine da. Und für B brauchen wir jetzt Tüten zwei. oder Beziehungsweise Tüten. Tüten drei. Da bin ich ja mal mit spannend. Da bin ich echt mal mit spannend. Eben. Das. Neue. Also ich würde sagen, ich habe ein paar Uhr, Was ich sicher? Süß? Ja. Das war. Tüten zwei. Ich habe eine kleine Ausnahme aus dem Kern Ich mach, Ich halte, das ist so richtig. Es ist so richtig. Ich hab viele Teile. Das war sehr, sehr. so gucken wie es weitergeht hier zurecht dann kommt der so ein ding zwei graue So und so. Zwei Gebühle. Zwei mal auf dieser Ecke. Zwei mal auf dieser Ecke. So und jetzt. Und dann. Achso. So jetzt muss ich ihn doch mal. So. 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 das ist drei vier zwei so da zwei rote klemmen so so hier hier so diese hier hier so So. Je ne vais pas le faire en sorte que le n'est pas. C'est parti. Okay. 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 Seidenscheiben hinten. Ohne Scheiben. Naja. Gut. Ist halt so. Uh-huh. 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 Hamba. Ayo. 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 So. 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 Ding. So. Und das Ding. Das kommt jetzt. Da drauf. Da kommen. Zwei von denen. So. Da. 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 Das Ding gehört jetzt. Da. 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 der dahin der dahin nur so auf dieser habe ich jetzt kommt das ganze mal gucken dann kommt das ganze jetzt nochmal für die andere seite ja 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 Jangan lupa like, share, dan share, dan share. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo ist denn die rote? Das ist auch von hinten. Das mal. So von der Seite. So sieht er erstmal von vorne aus. Ja, wir sind dann jetzt bis B55 gekommen. Machen wir mal B56 das nächste Mal weiter. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.